Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Patricia und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Zeichnen und Malen, hauptsächlich von Blüten und Blumen und was sonst noch so in der Natur zu finden ist. Zusätzlich zeige ich dir noch ein paar Brushlettering-Ideen und Inspirationen und du findest viele DIY-Ideen mit und für Pflanzen auf meinem Kanal. Und genäht wird auch ab und zu auf meinem Kanal. Meistens sind es praktische oder nachhaltige Dinge. Am besten machst du es dir mit einer Tasse Tee oder Kaffee gemütlich und verbringst mit mir gemeinsam eine kreative Zeit. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß auf meinem Kanal.